Leute, ich nehme jetzt auf, bei 40 Grad, ohne Gaming Sound, ich höre kein Gaming Sound von Fortnite, ich muss Fortnite spielen, ich hasse Fortnite, wieso ich jetzt spiele, Nummer 4, ich tu mir grad das alles an, weil ich, ja, weil es Klicks bringt, ne, also, boah, Alter, oh mein Gott, Leute, trinkt viel, wirklich, trinkt viel, was ich euch empfehlen kann, Saskia, bestes Wasser, bestes Wasser, let's go! Catch me is oder verpisst euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und in diesem Video zockt mir Fortnite Battle Royale, wie schon am Anfang gesagt, ohne Gaming Sound, bei 40 Grad und ich hab mega Bock an, okay, das ist neu, hautnah, Gefecht auf engen Raum mit Schriften, Jetpacks, was, Jetpacks sind zurück? Was ist, was ist, ja, also, wenn du mich jetzt umbringst, deine Mutter, wenn du mich jetzt, wenn jetzt mich, Bruder deines holt mich, Bruder deines holt mich, Bruder deines holt mich, ich weiß immer nicht was dieses sauf ding so wie es ist war der inventar wir öffnen ich inventar da was was in einem moment moment der baps auf pack werfen spiel in einem bereich zu erfrischen getroffene spieler in sofort kondition und schilde moment das manchmal 20 das ist geil warum hat es gerade rot was hallo ich weiß nicht ich höre nichts ich höre nicht ich sehe nichts und dass die kiste ist leider da ist ein wenn ich ihn jetzt um sie eine billiarden likes bitte jesus blut 71 spikon zerholt mich seine kiste auch hier ist eine ja 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 danke warte mal kann man theoretisch kann ich ja hierhin springen oder was macht so eine wasserlücke hier mitten im vulkanscheiken oh mein gott ich bin wieder drauf gedappt hallo ja da ist eine kiste da ist eine kiste ich habe eine kiste gesehen ich habe eine kiste gesehen nein nein wo oh mein gott ja 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 ich bin da sehr oh ich bin's tim dauer erstmal tanz 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 ich höre nicht die musik aber ich tue so als ob ich sie höre wir testen die einfach hier oder ok komm wir testen die mal wir schmeißen die jetzt hier rein wie viel macht der kaputt man es ist eine starke granate ich bin jetzt auf dieses scheiß jumpit ich habe keinen bock die ganze zeit hin und her zu laufen ich geht es einfach oh mein gott die zone kommt sogar ja nein es ist ja passend komm 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 bauen wir bauen wir oh stop it nein schnell 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 flieg weg flieg weg von wo von wo von wo wer hat mich angegriffen wer hat mich angegriffen oh mein gott ich bin der beste Leute das ist eine torte wenn ich jetzt davon wenn ich passt auf wenn ich jetzt von dieser torte essen kann und ich ich regeneriere spiele ich einen monat lang nur noch fort oh nein man kann es wirklich äh äh cut 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 also Leute ich meinte nicht von der torte ah ah ich meinte halt wirklich von der torte und seht ihr man kann nicht von der essen man kann nicht von der essen also ne ich hab gesagt nicht von den teutchen nein von der torte von der torte kann man nicht essen also kein monat lang fortneut sorry sorry Leute sorry obwohl es würde mir klicks bringen ok hier hab ich ja ziemlich gute vision ähm ja da spielermeldung hm meldung sendet ja da ja 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 Meldung, send. Das war's mit dem Video, lasst gerne ein Like und ein Abo da, folgt mir gerne auf Instagram und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.